Mein Name ist Thomas Fischer und ich verantworte für den Deutschen Pflegetag 2020 die Säule zu Pflege, Digitalisierung und Technik. Und wir wollen gerne mit Ihnen darüber sprechen, wie eigentlich unsere Arbeitsplätze der Zukunft aussehen, wie die sich verändern werden, welche Fragestellungen sich aber auch in ethischer Hinsicht ergeben an Technik und die Technik, die wir in der Pflege nutzen. Und ich freue mich darauf, Sie beim Deutschen Pflegetag mit diesen Themen mit Lösungen zu treffen. Vielen Dank.